Respekt ist keine Einwandstraße. Respekt geben schon gar nicht, denn dann wirst du Respekt bekommen. Aber jetzt steht hier Recht geben und Respekt gewinnen. Vielleicht hast du dir schon mal aufgefallen, dass du, ja vielleicht hast du schon mal bemerkt, dass Menschen, die auch mal sagen können, hey, ja, da hast du recht, Mensch, da muss ich dir zustimmen, dass das etwas ist, was absolut Größe beweist. Wo Menschen merken, wow, hast du gerade gesagt, ich habe Recht? Hast du mir gerade, ja, habe ich. Und dann musst du merken, das ist interessant. Weil jetzt passiert etwas, dass dein Gegenüber plötzlich merkt, wow, das hat Größe. Und achte mal drauf, was dann mit dir passiert. Ich gehe mal in eine Situation rein. Ich bin in einem Gespräch mit einem Geschäftspartner und wir rangeln so auf geschäftlicher, sachlicher Ebene. Alles fair, alles gut. Aber ich merke, die andere Person, die geht nicht von ihrem Standpunkt weg. Und dann sage ich nochmal ein Argument, wo man sagt, sie, Mensch, das habe ich so nicht gesehen. Da hast du ja total Recht. Das ist ja, und er ist so gestottert, so wie ich jetzt gestotterte, so hat die Person gestottert und sagt, Mensch, du weißt du was? Da scheine ich tatsächlich die Sache immer aus einer anderen Perspektive gesehen zu haben, aber du hast Recht, so machen wir es. Und das fand ich spannend. Das hat für mich gezeigt, wow, diese Person ist bereit, ein Stück weit auf mich zuzukommen, weil sie einfach sagt, ich habe es so nicht gesehen, aber so wie du das jetzt sagst, so kann ich dem Ganzen folgen. Das, fand ich, hat richtig Größe gehabt. Und ich respektiere die Person schon seit Jahren, aber da hat es nochmal mehr bekommen. Weil dieses bereit zu sein, ein Stück weit auf mich zuzukommen, das haben nicht viele. Vielleicht kennst du das. Da gibt es Menschen, die haben eine ganz starke Meinung und weichen davon nicht ab. Und ich mag Personen nicht, die einfach nicht von ihrer Meinung abweichen, die einfach nicht bereit sind, ein Stück weit auf dich zuzugehen oder auf mich zuzugehen in dem Moment. Und da sage ich deutlich, die verlieren meinen Respekt, weil ich möchte, dass Menschen, wenn sie mit mir in einen Diskurs gehen, ein Stück weit bereit sind zu sagen, hey, das habe ich anders gesehen, aber wie du das siehst, dem kann ich folgen. Deswegen komme ich gerne auf dich zu und gebe dir einmal recht. So ist meine Sicht auf das Thema Diskurs und Diskussion. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Achte einfach mal darauf, wie Menschen so sind, wenn sie in so einer Diskussionsrunde sind. Achte mal darauf, was körpersprachlich passiert. Manche Menschen, das kennst du, ne? Ne, das kann ich gar nicht. Die verschließen sich tatsächlich körperlich und auch rein von der Sprache. Und es gibt Menschen, die dann in so einer Denkhaltung sagen, ach so, hm, das ist ja spannend. Dann weißt du auch, okay, jetzt wird drüber nachgedacht. Dann sagen, wow, so habe ich es nie gesehen. Sehr unglaublich. Und damit zeigst du, ich zeige dir meine Öffnung, ich öffne meine Körperhaltung und ich bin für dich da. Hier, jetzt kannst du mich theoretisch angreifen und jetzt bin ich dir also gegenüber offen eingestellt. Also, Recht geben heißt Respekt bekommen, Respekt gewinnen. Wenn du sagst, ja, in Gesprächen möchte ich gerne noch ein bisschen was machen, dann habe ich hier unten drunter ein Angebot für dich. Ein Online-Kurs, der dir die Möglichkeit gibt, einfach sicher, souverän und gut in Gesprächen zu sein. Probier es mal aus. Kleines Geld, große Wirkung. Wenn du sagst, hey, der Kanal ist ja ganz cool, gerne abonnieren. Ich freue mich, wenn du hier wöchentlich dabei bist. Dreimal die Woche gibt es ein Video und vielleicht darf ich dich demnächst wieder begrüßen. Bis dann.